Was meinen Sie, wie die Stimmung heute sein wird auf den Demonstrationen? Ich denke, die Stimmung wird aufgeheizt sein bei der Akutsdemonstration. Wir haben klare Auflagen erlassen, nämlich dass keine Fahnen verbrannt werden dürfen, dass keine Puppen verbrannt werden dürfen, aber auch dass bestimmte antisemitische Hassparolen nicht gerufen werden dürfen. Wir gehen davon aus, dass die Auflagen eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, werden wir einsteigen. Wie viele Beamte sind im Einsatz heute? Wir sind mit 1.000 Beamten im Einsatz und wir haben auch Unterstützungskräfte aus der Bundespolizei und aus Sachsen-Fraktion. Vielen Dank.